Ja, die Idee kam ja eigentlich durch die Ausschreibung, also durch das Ausschreibungsthema Alleeunfälle. Ich dachte Alleenbäume, da kann man doch bestimmt was mit Bibern machen und damit es nicht so kompliziert ist mit einem lebendigen Biber zu drehen, kam dann relativ schnell die Idee mit Lea und ihrem Vater, wie die Allee langfahren und über Bibern reden. Die Botschaft wäre quasi eine Ansammlung an allen Weisheiten, die schon die vorherigen Spots gesendet haben. Also es gibt ja immer wieder Schwerpunkte im Rahmen dieser Zusammenarbeit zwischen der Uni und dem Land Brandenburg. Und wir haben jetzt viele Ursachen für Verkehrsunfälle eigentlich zusammengenommen. Also das ist einmal Sekundenschlaf, dann ist das Ablenkung durch Digital Screens, Smartphones und einmal einfach der Tod am Steuer durch Alkohol. Also sind drei sicher sehr häufige Ursachen. Verknüpft dann noch mit einer Allee. Es gibt ja sehr viele Alleen in Brandenburg. Dadurch, dass die oft ungesichert sind und keine Leitplanken haben, kommt es da auch zu Verkehrsunfällen. Ja, der Schlüsselmoment des Spots wäre sicherlich am Schluss, weil das Ganze ja wie ein Witz aufgebaut ist und dann kommt die Pointe. Also dieser Moment, wo sie auf den David Biber umstoßen, also auf dieses Mahnmal quasi, auf dieses Kreuz, da schwingt auch der Ton des Spots um. Zuerst ist es sehr peppig, schnell und dann zum ersten Mal scheint, doch schwarz-humorig, aber durchaus kriegt es eine gewisse Ernsthaftigkeit und es bleibt ein bisschen das Wachen im Hals stecken. Also so ein Verkehrssicherheitsspot kann ja unglaublich trocken sein. Also unglaublich, wenn man denkt dann, ach das ist so mahnend und jetzt so und die Leute denken, ach was wollen die denn? Aber das ist halt so witzig, so charmant erzählt, dass ich glaube, dass die Botschaft sehr gut ankommt. Das denke ich. Und das hat mich auch überzeugt, dass ich dachte, ach das ist jetzt nicht so ein 0815 Spot, diese Pointe, die sitzt so gestochen scharf, dass ich sagen würde, gute Kunst und die Botschaft kommt rüber. Naja, also die Botschaft ist natürlich mehr Verkehrssicherheit in Alleen, aber es geht vor allem darum, dass man durch das kindliche Thema, das darin mitspielt, vielleicht auch nochmal mehr berührt wird und das ernst nimmt, dass es eben ein wichtiges Thema ist, auf das man achten sollte. Weil Verkehrssicherung halt wichtig ist, weil es halt Menschen gibt, die sehr viele Unfälle haben, weil sie darauf halt nicht achten und darum wollte ich hier mitmachen. Lachen dann alle? Okay, Leute passen. Jan, ich glaube jetzt müssen wir uns wirklich mal anschneiden. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man erkennt, dass Coolness nicht dein Leben bewahren kann. Also nur weil du irgendetwas darstellen möchtest und so, solltest du nicht dein Leben aufs Spiel setzen. Ich glaube, dass das viele Assoziationen auslösen kann bei den Menschen, wenn sie was sehen und wenn sie selbst darüber nachdenken müssen und im dunklen Kinosaal sitzen und dann das sehen. Und das mit nach Hause nehmen, hoffentlich.